Hallo, ich bin der David und ich bin ein Mitglied des Prosperity Teams. Mein Sponsor ist Oliver Schemer und ich persönlich freue mich sehr darüber, weil Oliver einfach ein unglaubliches Know-how-Wissen hat, was er sich wirklich über viele, viele Jahre erarbeitet hat, angeeignet hat. Und was ich daran sehr schätze, ist, dass er dieses Wissen nicht einfach für sich behält, sondern es verstärkt an seine Teampartner weitergibt. Zum anderen bekommt man von Oliver, wenn man zum Beispiel erfolglos bleibt, wenn man nicht weiterkommt in seiner Laufbahn, dann bekommt man von Oliver nicht so eine Art Pauschalantwort, sondern er analysiert deine Arbeitsweise. Er schaut sich dein Problem an, wo du hängen geblieben bist und er gibt dir auch dafür die Lösung. Und das schätze ich sehr. Von mir persönlich eine hundertprozentige Empfehlung für eine Zusammenarbeit mit Oliver Schemer, weil es einfach sehr angenehm ist, mit so einem Menschen zu arbeiten und zum anderen bekommt man in jeder Lage, in jeder Situation Hilfe von ihm.